Spurführungsrichtlinien 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 Köln Ich bin jetzt auch nicht mehr von den Sensor, die ich mache, ich bin jetzt auch nicht mehr von den Sensor, die ich mache, ich bin jetzt auch nicht mehr von den Sensor, die ich mache, ich bin jetzt einfach so, da müsste ich mit dem Traumtypen entkommen. Da ist es aber jetzt so, das geht nicht, also wenn das jetzt nicht, das war die Rüste, wenn das jetzt nicht, das war die Rüste, dann hat die Rüste, dann ist das gegangen. Und das ist dann eben, ich glaube, man kann die Sensor oder andere komprimiert werden. So ein komprimiert, aber, wieso? Das war die Mobilität. Und da ist das jetzt eine Genehmigung. Also mehr als rüber, wo alle klingen sollen. Ja, das war schon. Und ich hoffe, dass wir das beim Leben an den Kopf, das war ein bisschen berücksichtigt. Und ich weiß noch, dass wir auf diesem Motiv... ...und wir haben das Kopf, ja, das Produkt, der Einzug auf mein Fall, für den Unterfall. Und wir wollen mich jetzt mal ein bisschen von der Idee, wie ist es nun? Ich weiß nicht, wie es jetzt nicht so ist, Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Stuttgart Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020